Musik Willkommen in der neuen Normalität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, meine Verabschiedung findet virtuell statt. Es gibt also jetzt eine virtuelle Dankesrede von mir mit einem kleinen Rückblick. Dies hat den großen Vorteil, man kann sie auch einfach abschalten. Aber wer möchte, kann sich mit mir auf eine Reise begeben, kurz vier Jahrzehnte Berufstätigkeit Revue passieren zu lassen. Begonnen hatte alles im Umfeld des evangelischen Stadtjugendveramtes. Wie es so ist, wenn man in einem evangelischen Milieu aufwächst, gerät man dann irgendwann in die ehrenamtliche Jugendarbeit, macht Kinder- und Jugendfreizeiten. Und klar war, als ich eine Stelle suchte für den Zivildienst, dass ich mal nachfragte beim Stadtjugendveramte, ob sie etwas vermitteln konnten. Und sie konnten. Der Jugendclub in Cantate Domino in der Nordweststadt suchte einen ZDLer. Gesagt, getan, ich bewahrte mich, ich wurde genommen. Und wie das so im Leben ist, das war ein klarer Fehlstart. Denn mit dieser Art der Jugendarbeit kam ich als Mittelschichtkind nicht zurecht. Man bot mir dann an, in den Kinderclub zu wechseln. Und das war eine wunderbare Arbeit, für die ich heute noch dankbar bin. Und ich wusste gar nicht, wie prägend sie sein wird. 1976, nach dem Zivildienst, bot mir Pfarrer Martin Jürges an, im Stadtjugendveramte tätig zu sein. Er habe da noch so ein bisschen Geld. Und außerdem stünde die Wohnung schon sehr lange leer oben. Vier Jahre leer stand. Heute kaum zu glauben. Und so zog ich ein in die Stahlburgstraße, arbeitete mit im Stadtjugendveramt, übernahm bestimmte Aufgaben. In der Vertretung im Frankfurter Jugendring. Aber auch Spezialaufgaben. Zum Beispiel sollte ich mich um eine Gruppierung kümmern. die da aufgemacht habe. Und man wisse gar nicht, was das für eine christliche Wohngemeinschaft sei. Es stellt sich heraus, es war eine Dependence der Kinder Gottes, die dort, wie auf der ganzen Welt, Flirty Fishing und Ähnliches betrieben. Eine dieser sogenannten neuen Jugendreligionen, wie es damals am Ende der 70er Jahre hieß. Ich absolvierte mein Studium nebenbei und suchte dann eine Stelle. Im Studium hatte ich gelernt, dass solche Stellen für Diplompädagogen oftmals nicht nach Kompetenz besetzt werden, sondern nach Stallgeruch. Und tatsächlich, so war es auch in der evangelischen Kirche, ich bekam die Stelle als Redakteur in der evangelischen Öffentlichkeitsarbeit, hatte viel Stallgeruch, wenig Kompetenz zugegebenermaßen für Öffentlichkeitsarbeit. Aber dankenswerterweise bot man mir entsprechende Möglichkeiten an, mich hier fortzubilden. Das Thema Sekten und Weltanschauung verfolgte mich aber weiter und die öffentliche Diskussion forderte immer mehr auch ein, dass hier Beratungen und Beratungsstellen eingerichtet wurden und gerade Frankfurt mit seinen zahlreichen Dependancen von solchen Gruppierungen, die wichtigste Scientology, die leider heute noch hier tätig ist, forderte das. Und der Evangelische Regionalverband richtete die Stelle ein als Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen, deren Leitung ich übernahm. Eine Arbeit, die mich sehr forderte, die aber auch eine öffentliche Präsenz notwendig machte, denn es galt darüber zu informieren. Das haben wir, und jetzt sage ich mal wir, weil das im Gleichklang mit meinem katholischen Kollegen Lutz Lemhöfer geschah, sehr intensiv gemacht. Also Öffentlichkeitsarbeit gehörte da im Wesentlichen dazu. Es gab zahlreiche Informationen, Diskussionen in den Medien, in den Zeitungen, im Rundfunk, aber auch im Fernsehen. Esoterik, die Lehre vom Verborgenen und Okkulten. Man ließ mir da auch sehr freie Hand. Ich hatte das Vertrauen des Fachbereichsleiters, Klaus Würmel. Ich hatte das Vertrauen des Vorstandes. Man konnte da einfach zur nächsten Fernsehdiskussion fahren, denn das geschieht ja sehr kurzfristig. Die Sekte braucht ihren Einfluss auf die Kinder nicht mit der Außenwelt zu teilen. Experten befürchten seelische Schäden für die zweite Generation im Psychokult. Man weiß einfach nicht, wie geht man mit Streit um, wie geht man mit unterschiedlichen Meinungen um, wie sind die Spielregeln der Demokratie, wie sind die Spielregeln in einer Industrie beispielsweise. Dies alles gelahnen, die Kinder nicht kennen. Bei mir jetzt der Sekten-Experte Kurt Helmut Aymuth. Guten Abend. Von den Jüngern klingt das ja alles sehr freiwillig und sehr schön. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wer Santaka Singh eigentlich ist und welche Sekte dahinter steht. Taka Singh ist ein Guru, der eben seine eigene Gruppe hat. Hier tritt diese Vereinigung immer unter dem Namen Holosophische Gesellschaft auf. Ein Experte der Kirche zu den Gefahren. Scientology will den Menschen zu einer Art Übermensch machen und hier werden natürlich dann auch Kinder und Jugendliche in das Gefühl hineingesetzt, sie hätten quasi übermenschliche Kräfte. In dieser Arbeit entstanden zahlreiche Publikationen von mir. Einmal bei Hader, dann gab ich gemeinsam mit Lutz Lemhöfer die Schriften heraus im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Und wir hatten auch noch eine sehr schöne Aktion, an die ich gerne zurückdenke, nämlich ein Stellensponsoring. Claudia Allmann, die bei mir Spezialvikariat gemacht hatte, suchte eine weitere Beschäftigung, denn damals konnten nicht alle Fahrstellen besetzt werden. Und so überlegten wir, ob es nicht möglich wäre, dass sie weiterhin in der Arbeitsstelle Weltanspruchsfragen arbeiten könne. Wir suchten Personen, die dieses unterstützen, denn sie brauchte ja auch ein Gehalt. Bürgermeister Moog, damals auch Vorsitzender der Regionalversammlung, unterstützte dieses und so konnten wir immerhin anderthalb Jahre Claudia Allmann als Beraterin in der Arbeitsstelle Weltanspruchsfragen finanzieren und zahlreiche Menschen, auch aus ihrer alten Gemeinde, beteiligten sich daran. Gesponsert, also unterstützt werden, soll die Stelle von Claudia Allmann. Sie ist Theologin und dahinter steckt Kurt Helmut Eimuth vom Evangelischen Regionalverband. Was ist denn das für ein Ding, dieses Stellensponsoring, Herr Eimuth? Nun, wir haben uns gedacht, dass wir eine junge Theologin durchaus noch gerne weitere zwei Jahre beschäftigen würden. Frau Allmann arbeitet seit sechs Monaten in unserer Sektenberatungsstelle, in der Evangelischen Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen. Nach der Weltanschauungsarbeit ging es in die Öffentlichkeitsarbeit, die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen Regionalverbandes. Diese Stelle war vakant und offenbar überzeugte meine Form der Öffentlichkeitsarbeit und so, dass mir angeboten wurde, hier die Leitung zu übernehmen, was ich gerne gemacht habe. Auch hier hatten wir wieder einen tollen Push. Wir entwickelten vieles, vor allen Dingen auch zusammen mit dem wieder katholischen Kollegen, Ulrich Fischer. Wir saßen zusammen, haben überlegt, wie können wir die Kirchen präsenter in dieser Stadt machen, wie können wir sie teilhaben lassen am öffentlichen Leben, unter anderem dadurch, dass wir an Festen der Stadtgesellschaft teilnehmen. Und so haben wir entwickelt, dass es doch gut wäre, beim Museumsufer präsent zu sein, und zwar nicht nur mit einem Stand, sondern wir haben eine Veranstaltung kreiert, die Orgelmeile beim Museumsuferfest, und das war ein so überwältigender Erfolg, dass wir gleich im zweiten Jahr noch die Chormeile hinzugesetzt haben. Es freut mich, dass das heute immer noch läuft und immer noch Zuspruch hat, und das ist ja auch toll, zahlreiche, verschiedene Orgeln und Kirchen an diesem Tag hier kennenzulernen. Neben den Publikationen konnte ich auch Filme machen, auch über den Sektenbereich, aber wir haben dann auch probiert, in der Öffentlichkeitsarbeit mit Roberto Capigluti zum Beispiel, den Evangelischen Regionalverband darzustellen. Frankfurt ist die Stadt der Banken und der Hochhäuser. Aber ist sie auch eine Stadt der Religion? Die Kirchtürme werden längst von den Wolkenkratzern überragt, aber wenn man ganz genau hinsieht, dann findet man Anspielungen auf christliche Symbole an ganz überraschenden Orten. 2001 kam dann der Ruf, ob ich die Leitung der Ausbildungsstelle für Sozialpädagogik übernehmen will, also die Erzieherinnen-Ausbildung. Dieser Herausforderung stellte ich mich gerne, denn das war wieder eine Rückkehr zu den pädagogischen Wurzeln. Das lag mir sehr am Herzen und ich traf auf ein Kollegium, das bereit war mit mir, diese Schule weiterzuentwickeln. Erstaunlicherweise waren dann irgendwann die Finanzen knapp. Es gab unterschiedliche Meinungen, wie diese Schule weitergeführt werden konnte und das führte ja schließlich dann auch zur Schließung der Schule. In dieser Zeit entstand auch das zweibändige Kompendium zur Erzieherinnen-Ausbildung. Als Mitherausgeber und Autor freut es mich, dass es in den Fachschulen inzwischen zum Standardwerk wurde. Im nächsten Jahr erscheint die vierte überarbeitete Auflage. Ich selbst war froh, dass ich wieder zurückkehren konnte in den Evangelischen Regionalverband, diesmal in den Fachbereich 2 bei Michael Frase und bekam hier die Leitung Angeboten des Arbeitsbereichs Kindertagesstätten, den ich gemeinsam zunächst mit Frau Lindemann leitete. Vielen Dank, Gerlinde, für diese wirklich kollegiale Art, mich hier aufzunehmen. Diese Arbeit war geprägt in den letzten Jahren von dem enormen Ausbau. Und Bau ist das Stichwort. Wir konnten zahlreiche Kitas bauen, wir konnten zahlreiche gemeindliche Kitas sanieren. Dies konnte nur gelingen, wiederum gemeinsam, nämlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Bauabteilung, insbesondere auch mit Thomas Vogtländer. Wir konnten hier ein Projektteam bilden, das abteilungsübergreifend arbeitete und nur so können solche Projekte entwickelt werden und gut zum Ziel geführt werden. Das war eine tolle Erfahrung, dass hier Architekten und Pädagogen Hand in Hand miteinander arbeiten. Die evangelische Kirche, die Diakonie unterstützt die Stadt Frankfurt sehr gerne und aus innerer Überzeugung bei dem Programm, der Bereitstellung von Kabel, Plätzen in Frankfurt. Weil wir glauben, es tut den Kindern gut, wenn sie an einem guten Ort mit einer guten pädagogischen Betreuung gut auch mit anderen Kindern zusammen aufwachsen können. Und es tut den Familien gut und ganz besonders tut es den Müttern gut. Aber natürlich haben wir nicht nur in Steine investiert, sondern auch in Inhalte. Es gelang eine Fortbildungsabteilung aufzubauen und zahlreiche Veranstaltungen dort auch durchzuführen. Insbesondere die Fachtage waren immer ein besonderes Highlight. Ich denke auch an den Fachtag mit Frau Tardusch, den wir hatten in einer vollbesetzten Heilig-Geist-Kirche. Erzieherinnen haben ja einen schweren Beruf. Was sagen Sie denen? Für Erzieherinnen ist es natürlich besonders herausfordernd, in einer Zeit, wo es sehr viele Religionen, Meinungen gibt, wo Menschen sich überlegen, ist das mit Gott eigentlich richtig und nicht richtig. Da gibt es viele Diskussionen. Und da fängt man am besten mal beim Punkt Null an, indem ich sehe, das Kind ist da und ich bin da. Du bist du, ich bin ich. Wir beginnen in dieser Erziehung zu wachsen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang. Daneben war immer die Arbeit wichtig im Evangelischen Frankfurt. Die Redaktionskonferenzen sind von einer besonderen Streitkultur geprägt, die sehr um die Sache ringt, aber niemals um die Person. Dafür bin ich dankbar, dass an dieser Stelle ein solcher Austausch gelingt, ein Ringen um die Sache, ohne persönlich verletzend zu sein. Daneben gab es natürlich auch zahlreiche Gremien, in denen ich mitarbeitete. Ein Gremium ist mir seit 2010 ans Herz gewachsen. Ich gehöre dem Vorstand des Instituts für Medienpädagogik und Kommunikation an. Das ist sehr schön zu schauen, wie man Medienpädagogik hessenweit voranbringen kann. Gerade in Corona-Zeiten haben wir ja gesehen, dass das überall fehlt. Es fehlt nicht nur an Hardware, es fehlt auch daran, dass man mit diesen Dingen umgehen kann. Das in groben Zügen. Ich danke allen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die mit mir gestritten haben, die mit mir Dinge vorangebracht haben. Es waren erfüllte Jahre. Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen. Und ein besseres Kompliment kann man eigentlich auch einem Arbeitgeber nicht machen. Es gilt nach wie vor der Satz von Kierkegaard, Vorwärts wird gelebt und rückwärts verstanden. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie behütet und gesund. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017